hey hey youtube kommt zurück bei rainbow 6 vegas mein name ist mo der zehnte part inzwischen hier zweistellig cool woher er kommt wahrscheinlich hier hinten gleich so bämm gegen die brücke und absturz und da hinten geht er dann runter und keine ahnung da kommen lande auf mir aber da kann ich hier nicht laufen schade los 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 alle rein viel aber ich muss die infos erst mal sieben was die tangos auch planen es ist etwas großes größer als ein paar möchte gern gewahrers die casinos überfallen viel größer die tangos im spire sind definitiv profis wenn man ihnen so zuhört wahrscheinlich ex-spezialeinheiten die angriffe sind eine ablenkung um die polizei auf tab zu halten super typischer gerillian bist und der auftrag untersucht den zwei findet heraus was sie planen cool dachte jetzt fliegen wir noch ein bisschen heli wenn ich aber sehr enttäuscht vertigo spire las vegas dritter juli 1 uhr 46 muss ich lügen keine ahnung das wird gleich ins vertigo eindringen irgendjemand hat einen stillen alarm ausgelöst sie werden ihr eindringen mit eurem angriff synchronisieren ja wie das wird ganz schön zerstört nix mehr hier mit casino und so weiter kommen zum sammelpunkt keine tangos in scheiße rpg ausweichmanöver auf saft jesus wo hier oben oder die ist ja geil der zundab los 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 halt das ding gerade schießende das heißt wir sind da auf dem weg roger das front sichern den unteren teil viel glück wir ziehen uns zurück schweig unten glittere runter was war das das war schon mal gut geklappt was das denn hier der seo redwood gott gruselig scheiße mann nichts verweilung drücken ab aus solchen level mag ich doch gleich schon wieder viel mehr nicht so duster alles und so weiter gott wieder ein toter kontakt deposition oh gott da lief einer die flanke voll dabei was wer fällt in die flanke es ist nicht nur eine abgehauen ich hatte gedacht ja die glocke klingel klingelingeling kommt der eiermann das war ja mal eine krasse aktion und wieder runter und jetzt wird weiter gestrayt und wieder runter Ah, ich kann auch mal austeilen, ich bin zwar hier ein alter Mann, aber egal. Und los. Und weiter. Magazin wegschüttelt, Adenau! Scheiße, ey, ich hab Höhenangst. Na gut, im Spiel nicht. Gott sei Dank. Noch ne Treppe runter. Los, los, los! Los! Fortschritt wird gespeichert. Yay! Ach, ach, aufhören! Oh, der rote Teppich zerknüllt, ey. Wenn das hier der Präsident sieht, ey, nee, nee, nee. Na, hockt hier noch jemand auf der Toilette? Hier drin? Öffnen und säubern. Wird gemacht. Greife an! Gefahr erkannt! Gefahr gebannt! Erwischt! Woaah! Ich sag doch, hier hockt noch einer auf der Toilette. Oh, richtig erschrocken. Wo kommen die denn her? Aufhören! Aufhören! Ja, okay. Ach, alter Falter! Aufhören! Aufhören! Oh, ach, hier hinten. Aus dem Terrasse. Scheiße, wie dunkel, wie dunkel. Ja, toll. Unnötig, hier diesen Raum einzubauen. Wenn da hinten eh zu ist. Sound Long. Pfff, 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 pfff. Schaut es ihr aus? Fällt noch jemand mit? Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Ne, ihr habt doch schon alles geregelt. Ist alles super. Huah! Los, los, los! Ich hab doch gesagt, da ist einer auf der Toilette. Ich hab's doch gesagt, ich bin nur in die Falsche reingelaufen. Was war das? Mann, du bist zu nervös. In Position! Granate und räumen! Granate und räumen! Dsch, hier was gibt es. Und aus! Oh yeah. Ein paar Granaten mal austeilen. Kümmer dich um ihn, los Oh Okay, los Das war's erstmal Ja, ein News-Helikopter hier, ne? Wenn du abgeschossen wirst, fliegst du hier nicht einfach mal so rum Komm zurück, komm zurück Mein Gott, was war das denn jetzt schon wieder für ein Hinterhalt Hinterfotzig, ey Oh, ich liebe dies fort Hinterfotzig Vereilung Gut Anscheinend Kommen Na komm Runter Seil benutzen Sind auf dem Weg Toll, hätte ich das gewusst, hätte ich das auch wieder alleine machen können, um ein bisschen Zeit zu sparen Na gut, egal So Ihr werdet es nicht glauben Ein TV-Helikopter dringt in die Flugverbotszone ein Ja, dumm Was macht der hier? Keine Ahnung Was macht der hier? Hör zu Dr. Williams und Dr. Smythe arbeiten an einem Waffenprogramm für das Total geheimer Blackbox-Krab Die Verhöhung hat uns drohen, damit Dr. Williams zu töten, wenn sie nicht abziehen dürfen Und der Verteidigungsminister will ihn um jeden Preis zurück Dr. Williams retten, alles klar Unruhig Angefischt Sie wollen, dass es endlich los wird Wählen Position am Fenster Einschlagen und Zäubern Mit Vergnügen Bäm In Position In Position Aufwand Schneidet Irina Ihnen die Eier ab Irina hat andere Wer will Eier abschneiden Sie sollte uns den Spaß lassen In Position Granate und Räumen Granate und Räumen Granate und Räumen Entschuldigung Entschuldigung Los 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 A Aufes Einbringen Vorbereiten Ich mach's schon selber N N N N N N N N Bewege Los B Weiter Team Rainbow Ohhhh Kontakt, Tangos! In Position! Tangos? Das war doch nur einer! Was soll das? Aufrein! Aufstellung! Meine Muni ist auch bald zu Ende! In Position! Öffnen und säubern! Schon dabei! Gefahr! Erschieß ihn von! Hey! Wer bist du? Dr. Williams! Sind sie verletzt? Kein Problem! Sie müssen sich aufbringen! In diesem Gebäude ist eine Bombe! Eine Bombe? Eine Mikropulsbombe! Gott, Vegas ist ja völlig kaputt! Oh, da unten ist ja gar nichts mehr! Oh! Boah! Ich geh lieber rein! Wo ist die MPB? In der Bar! Aber was ist mit mir? Bewegen Sie sich zum Aufzug! Das Swatch in Basel unten! Wir suchen die Bombe! Joe! Dr. Williams fährt runter! Wir suchen die Mikropulsbombe! Roger! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! 10. Mo verabschiede sich. Bis dann. Tschüss.